Mein Chef sagt immer, Herr Irkal, komm her mal. Und ich sage immer, Herr Chef, warte ein bisschen. Ja, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ja, der segiert mich immer und ich segiert mich immer. Einmal habe ich ihn angerufen auf seiner Klappen und habe so da, als wäre ich eine Partei von mir selber. Habe ich angerufen und habe gesagt, Ja, grüß dich Gott, mein Herr spricht, ich habe deine Beschwerde, ich wohne in der Ruttnergasse, der Brieftrag ist wieder angesoffen und der ist frech und alles mögliche. Und mein Chef hat gesagt, frell, bist du das du? Und ich habe gesagt, ja. Ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, Ja.